Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. 8.4 Hyperaktiv 2016 gründete 8.4 sein eigenes Label Steuerfrei Money, bei welchem neben ihm noch Taimo und Stanley unter Vertrag stehen. Das letzte Release von 8.4, der alte Achti, erschien im Dezember 2017. Darauf folgte dann der Steuerfrei Money Sampler 2018 und jetzt kommt Fizzle mit Soloalbum Nummer 6. Hyperaktiv kommt mit 15 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Cool Savage, Olexesh und Nate57. Das Album kommt über Steuerfrei Money und erscheint als CD und auch als Box. Madness OG Im März 2017 veröffentlichte Madness sein letztes Album Ich und mein Bruder, welches ein Collaboalbum von ihm und seinem Bruder Döll war. Seitdem wurde es eher still um den Darmstädter, doch damit ist jetzt mit dem Release seines dritten Soloalbums Schluss. OG kommt mit 10 Tracks, Feature gibt es eines und dieses kommt von Materia. Das Album kommt über Madness und erscheint als CD und auch als Vinyl. Sufjan SOS Die Abkürzung SOS steht für Sufjan on SOTT. Nachdem SOTT das gesamte Album produziert hat, ist der Albumtitel sehr treffend. Das letzte Release von Sufjan, Alle Alle, erschien im Januar 2017 und war ein Mixtape. SOS ist somit das Debütalbum des Offenbachers. SOS kommt mit 13 Tracks, Features kommen unter anderem von Haftbefehl, Ferro und Ufo361. Das Album kommt über Generation Aslak und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.